Polizeiberichte Berlin 6. September 2022 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht, Fußgänger nach Verkehrsunfall verstorben Nummer 1768 Der 89-jährige Fußgänger, der am 21. August bei einem Verkehrsunfall von einer Autofahrerin angefahren wurde, erlag gestern Morgen in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Erstmeldung Nummer 1674 vom 22. August 2022 Senior bei Unfall schwer verletzt Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich gestern Vormittag in Buch. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr eine 61-Jährige gegen 10.25 Uhr mit einem Auto den Pöllnitzweg in Fahrtrichtung Hubrechtsfelder Chaussee und bog nach links in den Röbelweg ab. Dabei fuhr sie einen 89-jährigen Fußgänger an, der zu diesem Zeitpunkt in der dortigen Fußgängerfurt den Röbelweg überquerte. Dadurch erlitt der Mann unter anderem schwere Verletzungen an einem Arm und am Becken und kam mit einem alarmierten Rettungswagen zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1, Nord, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Bericht Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt Nummer 1769 Gestern Nachmittag gegen 16.15 Uhr kam es in der Hofjägerallee in Tiergarten zu einem Zusammenstoß zwischen einem, von einem Mann gefahrenen Auto und einer 69-jährigen Fahrradfahrerin. Nach ersten Erkenntnissen wollte die Frau an einer Mittelinsel die Fahrbahn überqueren, als die dortige Ampel für Fahrzeuge auf grün schaltete. Ein 22-jähriger Autofahrer fuhr an und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Mann soll sich zum Zeitpunkt des Unfalls auf der Busspur befunden haben. Die Seniorin erlitt schwere Verletzungen an den Beinen sowie eine Kopfverletzung und wurde nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. Bericht Brennendes Kraftfahrzeug Nummer 1770 In Gesundbrunnen brannte in der vergangenen Nacht ein PKW. Gegen 0.45 Uhr bemerkte ein Zeuge in der Böttgerstraße Flammen an einem dort geparkten Auto. Er begab sich daraufhin in eine nahegelegene Gaststätte und bat um die Alarmierung der Feuerwehr. Anschließend entfernte er sich unerkannt. Die durch den Betreiber der Gaststätte alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. An einem jeweils davor und dahinter stehenden PKW entstand ebenfalls Sachschaden. Die weiteren Ermittlungen führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes. Bericht Dreijähriges Kind angegriffen Nummer 1771 Gestern Nachmittag gegen 15.15 Uhr kam es an einer Bushaltestelle am U-Bahnhof Dahlemdorf zu einem täglichen Angriff auf ein dreijähriges Kind. Nach ersten Erkenntnissen soll eine unbekannte Frau von ungefähr 50 bis 60 Jahren den kleinen Jungen unvermittelt mit einer Handtasche ins Gesicht geschlagen haben. Als die 38-jährige Mutter die Angreiferin zur Rede stellte, reagierte diese mit rassistischen Beleidigungen. Die eintreffenden Einsatzkräfte konnten die Frau nicht mehr antreffen, sie soll mit dem Bus in Richtung Clay Allee davon gefahren sein. Das Kind wurde durch den Schlag nicht verletzt. Die Ermittlungen hat der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen. Bericht Sohn schlägt Mutter Festnahme Nummer 1772 Polizeikräfte des Abschnitts 52 und eine Einsatzhundertschaft nahmen in der vergangenen Nacht im Kreuzberg einen 43-jährigen fest, der zuvor mit einer Waffe von einem Balkon geschossen haben soll. Gegen 22 Uhr wurde die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in der Urbanstraße gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann in einer Wohnung nach einem Streit mit seiner 65-jährigen Mutter diese zunächst gewirkt und sie anschließend an den Haaren aus der Wohnung und dabei ihren Kopf gegen eine Wand geschlagen haben. Die Frau gab den Einsatzkräften gegenüber an, dass sie sich anschließend aus den Griffen ihres Sohnes habe befreien und auf die Straße flüchten können. Dort habe sie gesehen und gehört, wie der 43-Jährige mit einer Waffe zweimal vom Balkon der Wohnung in die Luft geschossen habe. Die zum Ort gerufenen Einsatzkräfte konnten den Mann kurz darauf im Hausflur festnehmen. Im Hosenbund führte er eine Schreckschusspistole und ein Ball mit sich. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamtinnen und Beamten außerdem ein Luftdruckgewehr. Alle Gegenstände wurden beschlagnahmt. Den Tatverdächtigen brachten die Einsatzkräfte in einen Polizeigewahrsam, in dem ihm, da er augenscheinlich unter dem Einfluss Betäube in der Mittelstand, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Blut entnommen wurde. Anschließend wurde er einem Arzt vorgestellt und in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses eingewiesen. Die 65-Jährige wurde durch die Angriffe ihres Sohnes augenscheinlich nicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung lehnte sie ab. Bei der Festnahme des Mannes verletzte sich eine Polizistin und trat vom Dienst ab. Die Ermittlungen wegen einer Körperverletzung und Verstößen gegen das Waffengesetz dauern an. Bericht Schwerer Verkehrsunfall zwischen Auto und Motorrad Nummer 1773 Gestern Nachmittag ereignete sich in Britz ein schwerer Verkehrsunfall. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr eine 62-Jährige um kurz nach 17 Uhr mit ihrem Auto von einem Supermarktparkplatz auf den Bokoerdamm. Zu diesem Zeitpunkt war dort ein 27-jähriger Motorradfahrer in Fahrtrichtung Johannestaler Chaussee unterwegs. Gemäß Zeugenangaben soll er mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Beim Einbiegen des Autos in den Fließverkehr kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, woraufhin der Motorradfahrer auf den begrünten Mittelstreifen geriet und dort gegen einen Baum prallte. Das Motorrad rutschte anschließend in den Gegenverkehr und blieb dort liegen. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin klagte über Rückenschmerzen und stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens. Auch sie kam in eine Klinik, wo sie zur Behandlung ebenfalls verblieb. Die weiteren Ermittlungen zu Dem Unfall hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4, Süd, übernommen. Bericht Fahrzeuge beschädigt und beschmiert Nummer 1774 In der vergangenen Nacht demolierte ein Mann in Oberschöneweide zahlreiche Fahrzeuge. Zwischen 23 Uhr und 0.45 Uhr alarmierten Zeugen die Einsatzkräfte in die Kottmeierstraße. Dort sei eine Person beim Zerkratzen eines Autos beobachtet worden. Der Unbekannte war anschließend mit dem Fahrrad in Richtung Rathenau-Straße geflüchtet. In der Umgebung konnten weitere beschädigte Fahrzeuge gefunden werden. Wenig später ging ein weiterer Notruf ein, in der Steffelbauerstraße sei ebenfalls eine Person beim Beschädigen von Fahrzeugen beobachtet worden. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten hier einen Tatverdächtigen stellen. Der 28-Jährige, bei dem ein Atemalkoholwert von 1,6 Promille gemessen wurde, gab unter anderem an, die Autos demoliert zu haben, um die Inhaber zum Umstieg auf die öffentlichen Verkehrsmittel zu bewegen. Auf seinem Weg hat der Mann insgesamt 31 Fahrzeuge beschädigt, indem er deren Lack zerkratzte, Reifen zerstach, Kräger umwarf oder die Fahrzeuge mit. Verfassungsfeindlichen Symbolen beschmierte Nach polizeilichen Maßnahmen in Form einer Blutentnahme und einer erkennungsdienstlichen Behandlung konnte er seinen Weg fortsetzen. Die Ermittlungen hat der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.